Musik Ja, so machen wir es. Genau. Hier ist der Schmauer Kirche gekommen. Genau, gleich alles aufgeräumt. Zack, zack. Aufgeräumt. Jawohl. Das geht. Das geht. Ja. Dritten in alle Taschen rüber! Ja. Einsatzleiter? Wo ist der Einsatzleiter? Ja. Schau es raus. Hat sich 7 Kissen mit. Haben wir mit? Okay. Wir haben eine eingeklemmte Person, die wir nicht gleich retten. Die liegt unter ein Auto eingeklemmt. Wir haben gleich raus, der Hübekissen. Wollen wir da mal schauen? Nein? Achtung! Geht nur ein bisschen. Ja, passt. Äh... Wir haben da mal aufgerufen Befehl. Lächster Südraulöser Rettungsgerät. Das heißt, breitst da ebenfalls auf. Kommen. 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 Was ist noch mehr drin? Ja! Bebele! Wir haben da oben. Achtung! Du sprichst, Klaura. Ja? 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 Ok. Du musst noch mal die Videos probieren. Wir probieren, aber... Ok. Wir probieren. Ja, genau. Na, da haben wir schon. Ja, super! Ja, super! Wir sind nicht, oder? Wann ist es nicht? Ja, genau. Na, da haben wir schon. Na, da haben wir schon. Na, super! Ja, super! Na, da haben wir noch nicht. Na, da haben wir noch nicht. Da sind die Rettung, kleine Tür, da haben wir noch. Na, da werden wir noch nicht. Da. Ich hätte nur eine Rettungssamle für die, die du dann brauchst. Ja, bitte. Probieren wirs noch mal ein bisschen. Ja, passt da! Geht noch mehr rein, probieren wirs noch mal, und dann... Geht er? Geht? Vorsichtig. Das ist genau da unten ein Stiegel. Da haben wir noch ein Lille-Netz genommen.